Dass wir alle in der Matrix leben, ist heutzutage eine populäre Verschwörungstheorie. Und so wild diese auch klingen mag, ist sie dicht an der Wahrheit. Nur leben wir nicht in einer Matrix, sondern in einem MMORPG. Dieses MMORPG, in dem wir leben, hat nur einen Haken. Es befinden sich relativ wenig Spieler im Game und die meisten, mit denen du interagierst, sind eigentlich NPCs. Man könnte sie auch die Undenkenden nennen. Ihr ganzes Leben lang haben sie nie einen einzigen eigenen Gedanken und laufen einfach immer das gleiche, wenn auch leicht variierendes Skript ab. Daher finde ich es besonders traurig, wenn ein Spieler sich nicht an eine große Quest traut, nur weil er sich davor fürchtet, was die NPCs sagen könnten. Nimm die Quest an, hol dir das Lot. Was kümmern dich die NPCs? Hallo Horst, lange nicht gesehen. Hallo Peter, wie geht's dir? Ja, muss, ne? Und selbst? Ja, man schlägt sich so durch. Ein bisschen warm für meinen Geschmack. Ja, recht mild für die Jahreszeit. Na ja, ich muss weiter. Grüß schön. Ja, du auch.